Ich muss los. Kommt zur Zeit. Einen schönen Tag. Na Paulchen, was macht dein Aufsatz? Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Jetzt lass ich mich noch. Wir müssen leise sein. Es ist schon so spät. Ja. Peter war immer so gut zu mir. Womit habe ich das versiedelt? Gar nicht. Aber er hat mich nie so elektrisiert. Mia! Mia, bist du da drin? Überraschung! Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen. Ich kann das irgendwie nicht am Telefon. Ich bin kapaziert. Ja. Du kennst dich früher. Was sagst du? Weil es unsagbar, unbeschreiblich war. Was für eine Selbsthilfegruppe. Das ist mir jetzt ziemlich peinlich. Ich meine, ich mach dich an, wir haben Sex. Traust du dir das denn zu? Draußen? Ich muss endlich mal unter Menschen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Moment.